Es wird wärmer und wir verbringen wieder mehr Zeit in der Natur. Aber Achtung! Bei den steigenden Temperaturen sind wir nicht die einzigen, die aktiver werden. Zecken lauern wieder im Freien. Dieses Jahr ist besondere Vorsicht geboten, denn die gefährlichen Blutsauger könnten neue Rekordzahlen erreichen. Der Frühling steht vor der Tür und wir können uns auf warme Tage freuen. Doch die steigenden Temperaturen bringen auch schlechte Nachrichten mit sich. Zecken werden wieder aktiver. Wie das Online-Magazin Stern.de berichtete, stellen die gefährlichen Blutsauger 2019 eine besonders große Gefahr dar. Nachdem bereits 2018 ein zeckenreiches Jahr war, sollen die Tierchen in diesem Jahr alles toppen. Gefahr vor Krankheiten. Zecken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten übertragen. Nach einem Zeckenstich bestehe vor allem die Gefahr, dass du an FSME Frühsommer-Meningoenzephalitis einer Hirnhautentzündung erkrankst. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Höchststand an FSME-Fällen seit der Meldepflicht 2011 registriert. Bisher galt vor allem Süddeutschland als Risikogebiet für die FSME-Erkrankung. Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, Thüringen und Südhessen gehören zu den betroffenen Gebieten. Jedoch würden sich dieses Jahr die Risikogebiete in den Norden ausweiten. Nun bestehe auch im Emsland im nördlichen Niedersachsen die Gefahr FSME-Erkrankung. Oben im Video verraten wir dir, was du alles über Zecken wissen musst. Die Zeckenzeit nach mehreren aufeinanderfolgenden Tagen mit 7 Grad oder einer höheren Temperatur würden die Zecken aus ihrem Winterschlaf erwachen. Nach dem Robert-Koch-Institut ist die Gefahr von FSME-übertragenden Zecken im Frühjahr und Sommer am größten, aber auch im Herbst sind die Blutsauger unterwegs. Bei warmen Witterungen treten die Tierchen auch im Winter auf. Aber keine Panik, im Durchschnitt tragen nur 0,1% bis 5% der Zecken die FSME-Viren in sich. Achtung, diese Unterwäsche solltest du nicht während dem Sport tragen. So schützt du dich vor Zeckenstichen. Auch wenn die Gefahr von Zecken in der Natur immer gegeben ist, gibt es ein paar Verhaltensweisen, mit denen du dich vor den Blutsaugern schützen kannst. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt folgende Maßnahmen. Wenn du dich in hohem Grasgebüschen oder Unterholz aufhältst, kannst du dich mit langer geschlossener Kleidung schützen. Feste Schuhe, lange Hosen und Ärmel erschweren es Zecken, einen geeigneten Platz auf deinem Körper zum Anbeißen zu finden. Für einen zeitlich begrenzten Schutz kannst du dich mit Zeckenschutzmitteln einsprühen, das Spray solltest du aber nach ein paar Stunden erneut auftragen. Nachdem du aus der Natur kommst, solltest du dich nach Zecken absuchen. Vor allem Kinder, die draußen gespielt haben, müssen beim Reingehen gründlich kontrolliert werden. Wenn du Blutsauger findest, solltest du sie schnellstmöglich mit dem richtigen Zeckenentferner loswerden. Achte darauf, dass du immer die ganze Zecke herausziehst, um eine Entzündung zu vermeiden. Zecken bevorzugen Stichstellen wie zum Beispiel Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich und Kniekehle. Punkt. Diese Helfer schützen.